Was ist das für ne Wichscreme da unten links? Gibt's echt hier schon Wichscreme für Gamer? Oder was ist das? Alright, alright, alright Leute, willkommen zurück zu einem neuen Game und zwar diesmal vier Bilder, ein YouTuber. Ich hab schon mal sowas ähnliches gespielt, das nannte sich YouTuber-Erraten. Da musste man irgendwie so Kästchen aufbauen und dann hat man gemerkt, welcher YouTuber das ist. Äh, keine Ahnung wer das ist. Nee, ist das jetzt, äh, sind das jetzt echt so easy Dinger? Ich meine, die zeigen im Prinzip schon das Gesicht von dem Typen, ne? Wer kennt denn nicht, den guten P-Diesel? Ja, P-Diesel. So, Werbung, genau, die kenne ich auch. Muss Bibi sein, wette ich mit dir. Wenn ich jetzt schon Werbung kriege, muss Bibi sein. Bibi! Ich wusste es! Ich wusste es! Wir haben hier Werbung gesehen und ich hab sofort gewusst, das muss Bibi sein. Tada! Wunderschön, okay, das ist alles noch easy Mode, Leute. Wie viele YouTuber könnt ihr erkennen? Kennt ihr die alle oder denkt ihr euch nur so, äh, ich kenne nur Stemplay. Das ist der einzig wahre YouTuber. Dankeschön. Äh, bewerte uns später, Kollege. Bisher ist das noch alles, das ist bisher alles noch sehr easy. Mi, 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 mi. Ja, pff, steht ja schon dick und fett im Bild drauf, Leute. Ach, ich muss noch das ganze Wort ausschreiben. Hört mal auf. Ey, wir kann nicht zurück machen. German, let's play, easy. Äh, Apo-Speck? Jetzt wollte ich tatsächlich Apo-Speck machen. Apo-Red. Wie, wie ist das im Knast so? Nur so nebenbei. Säuli-Bratwurst, danke dafür. Äh, Trimex passt nicht rein. I-Bla-Bla-Lale. Das ist alles doch easy. Come on, Leute. Das ist doch nix. Jeder, der fünf Minuten auf YouTube unterwegs ist, erkennt die ganzen Leute hier. Ihr kennt sogar Mama-Ju. Das ist doch nix. Was ist das denn? Das ist Revi. Okay, das erste, was schwieriger ist, aber, okay, eigentlich nur anhand des Dreiecks und den Waffeln würde ich sagen, Sturmwaffe. Danzi, Danzi ist mit dabei. Eigentlich sollte ich auch dabei sein, aber ich glaube, die haben mich nicht reingepackt. Die haben nur mir tausend Mails geschrieben von mir. Ey, wir haben dich eingebaut. Nee, ich wette mit euch, bin ich ein einziges Mal hier drin. Das ist eigentlich der einzige Grund, weil ich das überhaupt spiele. Das erste, was ich ehrlich gesagt nicht kenne. Eine Goldkette, KFC, würde ich schon mal sagen, irgendein Asi-Youtuber. Miguel Pablo, wieso wusste ich, dass es ein... Wieso wusste ich das, Leute? Okay, es wird schwieriger. Es wird schwieriger, keine Frage, aber wir kennen natürlich den guten Kong-Kraft. Wo ist das? Kraft. Der, so. Tomatensaft, Leute. Das ist dann... Okay, das ist wieder offensichtlich. Ich dachte, es wird schwieriger, aber... Hand of Blood. Blatt mit E, mit A, ne? Warte. Er schreibt sich ja selbst immer so, bei Hand of Blood, mehr oder weniger. Ich würde eigentlich sagen, Dead Adam, aber was soll die Avocado? Das ist eigentlich Taddle, ne? Aber da oben sieht man eigentlich mehr Dead Adam als Taddle, weil Taddle steht irgendwie so am Rand. Auch leicht. Okay, so viel dazu. Das einzig, was ich nicht kannte, war bisher Miguel Pablo, war ja irgendein ganzen Goldketten und Chicken Wings. Weil das ist absolut nicht mein Bereich. Naja. Leute, war klar. Oh, der ist... Ach, Zombie. Klar. Die Lochis. Easy. Bin jetzt schon Level 20 und die Werbung hier ist phänomenal weit viel. Bin Level 20. Wie viel gibt's noch? Ach, bin ja fast durch. Bin ja... Mach's doch offensichtlicher, oder? Äh, Pixel Wolf kennt doch aber keine Sau. Ich weiß auch nicht, warum Shisha da ist und so weiter. Er sieht auch noch so ein Assi-YouTuber aus. Hat er sich umbenannt? Oder warum gibt es hier Pixel Wolf nicht zur Wortausfüllung hier? Justin? What the fuck? Der hieß mal Pixel Wolf. Steht doch sogar da im Bild. Seit wann nennt er sich Justin? Na, ist doch wurscht. Izzy. Izzy. Alles Izzy oder was? Fresh Torch. Ja, also wirklich, sag ich mal, herausfordernd ist es jetzt nicht. Außer man benennt es Pixel Wolf in Justin Umf. Warte, da fehlt was. Fresh Torch geht. Fresh Torch geht. So, haben wir. Was ist das für ne Wix-Creme da unten links? Gibt's echt jetzt schon Wix-Creme für Gamer, oder was ist das? Angeblich Grip. Ja, wahrscheinlich irgendwie Gleitcreme oder so. Sieht nach Montana Black aus, aber das steht nicht zur Auswahl. Muscle Scorpion? Nee, auch nicht. Muss ich leider wieder auflösen. Viscobar. Hey, es gibt so viele Leute, die... Hey, wegen dem schwarzen Logo oben links hätte ich auch gesagt, das könnte auch eher Montana Black sein. Aber jeder, der Viscobar kennt, würde sagen, Oh, wie kannst du den nicht erkennen? Die Wix-Creme ist doch für ihn vollkommen offensichtlich. Die Tube benutzt er in jedem Video, deswegen gibt's davon gleich sechs Stück im Bild. Hey, ich kann mich mit Wix-Tube nicht aus für Gamer, ne? Da können die Leute das verwenden. What the fuck bist du? Warum guckt er hier auf dem Bild unten rechts, als ob er gerade beleidigt wurde? Und warum hat er einen Kaktus oben drauf? Und warum hatten wir gerade so viel Gleitcreme plus Kaktus gerade? Das eröffnet sehr viele Fragen. Auch hier bin ich leider raus. Hier bin ich raus. Peter... Ach Gott, den hab ich ja schon... Ja, Hunde hat er nicht gesehen. Hunde, scheiß. Petri, das hab ich ja schon seit... Ja, den gibt's aber noch, oder? Ja, White-Titty. Die gibt's aber nicht mehr, Kollegen. Ja, toll. Ist wahrscheinlich einer von den drei... Fuck, wie hieß das? Einer heißt Phil. Ich muss meine ganzen Coins verwenden, um das aufzulösen. Phil... Ich wusste... Ich hab's doch gesagt, Phil. Aber ich wusste nicht, dass wir noch den Nachnamen dahinter wissen wollen. Aber ich war richtig. Aber ich hätte auch genauso gut einer von den anderen zwei sein können. YouTuber Musik bewerten. Okay. Ah, warte. Tubo. Hieß der nicht Tubo? Muss gerade kurz gucken, wie man den schreibt. Ich weiß, dass er Tubo heißt. Ich hab den auch schon gesehen. Tubo... Ne... B-O... Jawohl, genau der... Der wusste ich doch. Wusste ich doch. Eigentlich nur wegen den Rechts. YouTuber Musik bewerten. Das ist schon schwieriger. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Tubo eines der bekanntesten ist. Der ist schon bekannt. Auch hochqualig verliebt. Muss man wissen. Aber ich glaube, viele kennen den noch nicht. Von daher, wenn ihr ihn nicht kennt, natürlich auschecken. Guter YouTuber. Ach, das Herzblatt von Julien Ben. Melina. Sophia. Zack. Okay. Oh Gott, sieht das schwul aus. Ist das Crancrafter? Crancrafter? Ja, Mann. Ich kenn mich aus, Alter. Guten Morgen, Internet kommentiert Kommentare. Okay, das Bild unten rechts hat verraten eigentlich. Da oben drüber musste Kelly stehen oder Misses. Und ich hab's euch gesagt. Ich bin nicht dabei. Warum nicht? Warum nicht? Wenn Tubo dabei ist, dann muss ich doch auch dabei sein. Ach, kommt, Leute. Ich bin bei Level 30 und da schmeißt ihr mir sowas hier vor. Ape Crime. Ich glaube, diese Spieler spielen innerhalb eines Videos durch. Das könnte jetzt Montana Black oder irgendeiner von den anderen sein. Warte. Marcel Scorpio. Mar. Okay. Marcel Scorpio passt nicht. Montana Black. Ich bin gut. Ich bin gut, Leute. So gut könnt ihr gar nicht sein, wie ich es bin. Dat Adam. Dat Adam ist das. Okay. Easy Mode. Das ist doch schon wieder Rewe. Hatten wir doch schon. Aber da wir schon Rewe hatten und das Bild oben rechts zeigt eigentlich mehr Rewe als Jodie Calusi. Aber Jodie machen wir mal. Calusi mit Doppel-S musste ich auch erstmal raten. Okay. Schwierig. Schwierig. Marcel Scorpio. Ich wusste doch, dass ich dir hier irgendwann mal vorkomme. Marcel Scorpioon. Booyah. Ey, welchen Level bin ich jetzt? 35. Fitness-Youtuber. Nee. Nee. Einzigen Fitness-Youtuber, den ich vom Namen her kenne, ist Flying Uwe und Tim Gabel. Nee. Ich weiß keine Ahnung, wer von denen überhaupt. Ich glaube, Flying Uwe ist noch aktiv. Hat irgendwie ein paar Skandale am Hals gehabt. Den kenne ich absolut neu. Free Kickers. Nie gehört. Nie gehört. Ach, hör mal auf. Ach, hör mal auf. Da gehöre ich ja zehnmal mehr rein als... Boah, wie hieß der? Line TV. Oh mein Gott. Alter. Oh, das ist so lange her. Ich weiß nicht, warum die die kreischenden Fangirls oben rechts gemacht haben. Aber der kleine Kerl mit der Brille finde ich geil. Beats me. Easy. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendein Minecraft-Youtuber. Wahrscheinlich in letzter Zeit super am Hypen. Der eines bekanntesten. Chaosfloh. Arasul. Keine Ahnung. Minecraft ist nicht meine Sparte. Gomm. Echt jetzt? Was ist davon Gomme? Hey, ihr hättet einfach einen Geldschein machen sollen. Einen Server und dann vielleicht Minecraft-Skin. Dann hätt ich gesagt, Gomme, Aldi. Das wäre einfach gewesen. Dr. Allwissend. Lifehacks. Muss ich auflösen. Slifkyshow? Nie gehört. Nie gehört. Soll ich mir vielleicht mal auch einen Outtakes? Auch nie gehört. So, kurz vorm Ziel. Scheitere ich dran. Und ich hab mich... Ich bin nicht einmal dabei. Also, wenn ich dabei bin, dann muss ich auch wahrscheinlich Level 48 sein. Weil mich kennt keine Sau. Mich würde wahrscheinlich keine Sau erraten können. Aber das ist vier Bilder. Ein YouTuber. Ein bisschen leicht. Ich hab jetzt die meisten eigentlich easy-peasy. Auch so ein paar assi-YouTuber hab ich nicht gewusst. Die Frage ist natürlich, wie weit kommt ihr? Und ich hoffe natürlich, ihr hattet einfach Spaß dabei. Hinterlasst mir einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosser. Flop.